Oh, du bist aber clever. Ich heiße Laxin. Genießt ihr euren Aufenthalt im Schloss Oblivion? Ich wette, es ist schön, die ganzen wertlosen Erinnerungen aufzublättern. Und die wahren Erinnerungen in deinem Herzen zu erwecken. Aber du vergisst etwas sehr, sehr Wichtiges. Wenn das arme Mädchen hören würde, dass du ihren Namen vergessen hast, wäre ihr süßes Herz ganz zerbrochen. Das Mädchen? Ich weiß nicht, wie du siehst. Die fiesen, bösen, gemeinen Männer halten sie tief im Schloss gefangen. Und du, der Held, musst sie sofort retten gehen. Aber... Ich gehöre auch zu den bösen Männern. Na, na, na. Du hast es die ganze Zeit getragen und dennoch vergessen? Nein, das kann doch gar nicht. Die Erinnerung daran ist tief in deinem Herzen eingraviert. Und jetzt denke mal nach. Was? Oh, was könnte es nur sein? Wer hat es dir gegeben? No, no, mi. Ja, ja, das ist richtig. Befreie die Erinnerung, die in deinem Herzen verborgen ist. Nami... Namine... Also, du kannst dich endlich erinnern? Das ist richtig. Namine! Sie ist diejenige, die dir das ganze unnatürliche Glück und den Zauber gegeben hat. Nicht, dass du dich daran erinnern könntest. Kannst du dir vorstellen, wie Namine reagieren würde, wenn sie wüsste, dass du sie vergessen hast? Wie konntest du nur, Sora? Wie konntest du mich vergessen? Ich rede... Über Herzzerbrechen. Ich tue dir einen Gefallen, wenn ich es zerbreche. Zauhren! Das ist Namine, die mir geholfen hat. Das ist mein wichtiges Erinnerung! Wertvoll? Vor 10 Sekunden wusstest du nicht mal, was es war!